Ja, wenn du eh nix zu tun hast BOOM! Fick dich! Da hört doch gar keine Rüstung an, war ja so, ne? Flash? Ja, war irgendwie so Scheiße, wirk hier Wiii, tschüss! Das ist ja gar kaputt, doch Ja, scheiß das Bad, da geht ja gar nicht mehr Du verrückst gleich wieder, wenn du nicht aufhörst Ja, schieb mal! Mach mal Bumarang, schieb wieder Wieso höre ich nix noch von dir? Wenn du n' Arsch bist! Dass ich bumaranglich wieder in der Hand hab Toll, wie soll ich jetzt da runter kommen? Weißer nicht Ah Das heißt gar nicht, welche Gun das ist Was? Hast du grad den Chat gelesen? Dich ist es Was? War das? Ist der irgendwo ein Meteoril runtergekommen? Nein, weiß ich nicht Oder Oder was ist das? Living in Tights Detected in Aerospace Na, der hat Äh, wie soll man sagen Was denn der gefunden? Ah Ja, Willen Detected, ne? Eigentlich Musst du mich eigentlich immer töten, Alter? Weil ich so viel Tode ich jetzt hab Boah, jetzt geben die Spinne hier unten auf den Sack Alter, Alter Komm mal schnell hier runter, ich kann nix machen Komm mal schnell Ich hab keine Rüstung an Wow Ja, mein Bogen Hallo, her damit Mein Bogen Oh, das war aber knapp Geh nicht durchs Portal Wieso? Jetzt kannst du erst durchs Portal gehen Dann wärst du wieder nach unten geflogen Was hast du denn gemacht? Ja, deine scheiß Spawner, ne? Äh, ja Hat auch nen guten Grund Ich glaub, hier war noch irgendwas von dir Ich weiß Oh Ich weiß, dass noch irgendwas von mir hier war Habe ich schon eingesammelt, komm, Morau Äh Tu's mal auf jeden Fall so in ne Kiste rein hier Hattest du ein Stack Eisen dabei? Äh, möglicherweise Ein bisschen Holz, ne? Ja, das Holz dafür Ohhhh Das kannst du auch haben Ja, tu mir einfach hier rein Aber was war das? Weiß ich doch nicht Lingen Meiner Boah, jetzt bin ich auch noch hier Hehehe Nein Nein Wenn das hier kommt, ne? Ich raste aus Du hast mir nicht keinen stehen Kannst du auch haben Das war mir nicht die Warnung wegen Kitty Comet Solange das bei mir drüben nicht kommt und alles zerdeppert Ne, der kommt bei dir hier nicht Der wär schon längst da gewesen Alter Der wär schon lange da gewesen bei dir Wo kommen die denn mal runter? Du hast die keinen Ich hab hier keinen mit Nein Würde ich trotzdem machen mal Hab ich gar keinen Bock zu Kitties incoming Ich hab keinen Bock zu Gar keinen Nerv zu Weil mir irgendeiner mich getötet hat Ohhhh War ich mit... Oh, ich dacht schon War ehrlich, ich hätte schon so ein bisschen gelacht, wenn der hier runter gekommen wär Mh Wär ich heute nicht mal runter gekommen Ne, wieso? Weil ich dann auch so was von ausgerastet wäre Geh mal bei Johnny gucken Johnny hat da einen stehen Ja und? Irgendwo muss aber einer runter gekommen sein Johnny seiner... Steht ja offiziell da Oder die Schilder haben gut abgewehrt eben Und gleich komm ich zu mir und bei mir ist alles weg Aufwunderlich Bei dir... Weißt du, bei dir auch einfach aufs Hüftstrafe? Nö Ah, wo? Weiß ich nicht Ich hab ja auch bei mir auf meinen auf Füße zur Stufe stehen Oh Zombie, geh mir nicht um Keks Ich weiß gar nicht wie die Dinger funktionieren Äh, warum sind da hinten so viele Spinnen? Also nicht Keine Ahnung Dann lass dich einfach mal da Achja Wollen wir schlafen? Naja, meinetwegen können wir schlafen Ich kann bestimmt nicht schlafen Ja, ihr könnt auch nicht sleep Ja Aber bestimmt das mit dem Glas das ist Das Glas kann das nicht irgendwie wie normales Glas abdämmen Moment Wenn du liegst Ja Na jetzt lieg ich Der hat die wahrscheinlich Gesehen die Dass da was kommt Und deswegen diese Warnung da Ich zopfen einfach nur Und dann stand da ja Kitty Kamele kommt Spinner gimme Jum Keks Das war wahrscheinlich echt nur ne Warnung dafür eben Ja Dass in der Unlaufbahn was gefunden wurde Völlig hoffen Und dass man da ganz schnell gegen was machen soll Fährt mir noch irgendwo einen hinstellen hier Ja, bei dir wird das schon längs runtergekommen und alles kaputt gewesen Mhm Wir haben ja hier auch noch vier Stück stehen beim Start Ja, ich glaub die sind einfach zu hoch eingestellt Das sind 255er Radius Ja, bestimmt Chunks Kann sein, ja 52 Chunks in die Richtung 250 Chunks in die Richtung Dann kommt das nämlich gut zu dir hin Ja, sind doch gar nicht Ich bin doch gar nicht weit entfernt Ja, ich sag ja, deswegen kommt das wirklich gut zu dir hin Knappe 350 Mhm 310 Meter Also ich wär richtig, ich wär richtig ausgerastet gerade eben Und wir ein Schwein Dass wir die Dinger hingestellt haben Ja, schläg ich mal Ja, da schlägt mal grad Rutscht mir das Herz in die Hose Oh Schlägt das was anderes als Herz Ja, ist klar Du hast wohl einen Dachschaden Ja So, wo ist denn mein Redstone Hast du Redstone von mir? Ist das möglich? Nein Oh nein, ich hatte selber noch Redstone Ja, aber da hast du volles Stack, du Vogel Nein, hab ich nicht Ich hab nur 20 Stück gehabt Ja, ist klar Ja Und ich hab jetzt, warum hab ich nichts genannt gehabt? Ganzes Stack an Electric Circles Cheat, cheat, cheat Fick dich Warum? Jetzt hast du das Wort immer Das böse, ominöse Wort Da sind bestimmt Zuschauer bei, die noch minderjährig sind So Oh Stell dir mal nichts an Doch Ich muss mein Zuschauer ein Vorbild sein Zuschauer Du hast recht einen Schaden Ach, warum? Warum mach ich eine MFSU? Es reicht doch eine MFE, oder? Kann schön sein E fatty Egal, ich mach jetzt eine MFSU Jetzt weiß ich warum auch die so teuer war Mhm Energy Crystals Gold Kabel Ach ja Warum waren die wohl so teuer? Warum war die MFSU so teuer? Ich dachte die MFE war immer immer höher gewesen Ah du hast doch echt keine ahnung ne merkt man schon ich mache mit dem strom noch gar nichts mehr so allgemein ich hab da auch gar nicht mehr richtig mit angefangen momentan irgendwo bei dir im unterbewusstsein muss irgendwo so ein kleiner centus sitzen jetzt immer so so mit zwei trommeln zusammen aneinander klatscht findest du ja aber sowas von der denken sie auch immer was ist das für ein zu hause ja das ist doch kurz das lied dazu somit sing ich Achso, ist aber ein bisschen schlecht, ne, mit deinem Singen da, dass es... Ich weiß. Ich muss so das ganz wahre. Ich hab ja nie gesagt, dass ich singen kann, oder? Nö, ist auch besser, glaub ich so. Ist du? Aber quäl die anderen Leute nicht damit. Klar, das bringt Spaß. Leute quäl, macht Spaß. Ja. Ach, deine Vorstellung. Die muss man manchmal haben. Und du hast'n das Schrank. Joho. Geh mir auch ganz offen ehrlich zu. Macht aber dann riesengroßen Spaß. Dachshahn hab' ich sowieso, mein Haus ist noch nicht ganz zu. Da, da, dann. So, acht Generatoren. MFE, oder? Ach komm, ich mach jetzt eine MFSU. Ich glaub, ich muss das noch Kohle noch machen, ne? Ja. Kohle. Alter. Ach, da hab' ich noch ein bisschen Kohle. Hey, das ist das, Mann. Ach, obwohl, die Kohle müsste eigentlich reichen. Er ist der Lizard, Mann. Der Blizzard, Mann. Der Blizzard, Mann. Der Lizard, Mann. Äh, ich nehme Extruder ohne Strom, ne? Wie? Waren die nicht ohne Strom? Ich nehme Extruder? Da musst du die Redstone-Engine nehmen und so. Ja, aber brauchten die, brauchten die Redstone-Energy-Cell? Brauchten die Energie? Ja. Sicher? Ja. Oder brauchten die einfach nur Wasser und einmal... Ähm, Lava. Nein. Ah, ich probier's gleich aus. Ich vertraue dir nicht ganz. So, noch mal 8-Zu-Lapenne. Junge, ey. Dann machen wir nochmal einen F-O-Transformer. MFSU. Was... Hm, ist jetzt schon wieder hier drin. Ich weiß es nicht. MFSU, was machst du? Bring ein Po, was machst du? Oh, ich hab dich ja fast laut ins Mikro reingemacht. Äh, vielleicht hat man das gehört. Da hab ich noch einen Maschinenblock. So, ich probier mal's aus. Da, wo ich Copyright drauf bekommen hab auf den Lied, läuft grad. Ach so. Hm, Copyright, wobei ich die Lizenz dafür hab. Das ist YouTube echt. Also bestimmt nicht hast du... Hm? Äh, nix, 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 alles gut. So, grün, grün muss wieder raus. So. Und noch ein Low Voltage. Und, gleich, einfach ein Atomkraftwerk angeschlossen. Zack. Das passt die Energie ja schon mal besser. Ich glaub, da unten ist kein Stein mehr drin. Boah, das ist ein Slime, cool. Ich hab Slime. Hast du mal Feuer abgekommen? Ja, ne? Ja, ne? Ich hab' einen Ball bekommen. Das war das Circa. Ich kann Slime spawnen. Ja, ich brauch aber keine Slimes mehr. Ich hab' was anderes. Ich sag' ja nur, ich kann's sagen, ich hab' doch nicht gesagt, dass du die kriegst. Weil du bestimmt Eier davon hast, ne? Hm? Die Eier ist ja, ne? Hm. Afterlife war das, ne? Afterlife ist das. Ähm, fünf Stück hab' ich bekommen. Ach so, ja. Ist ja auch okay eigentlich für... Ach, verdammt. Ich muss ein bisschen Koppel-Store noch holen. Ja, ich werd' die Void-Chest bald umändern. Ob das schon wieder leer ist. Du, 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 du. Ich hab' den Hebel. Du, 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 du. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Ich glaub' ich werd' dann noch eine Ebene so machen, dass da dann die Bricks drauf sind. Ähm, ja. Ja. Und dann ringsrum alles hochziehen und so. Du weißt schon, wie du's machst. Ich vertrau' dir da. Trotzdem ist, äh, die Energie zu lahmarschig. Ist ja nix Neues. Ähm. MF ist... MF-E. War doch die Zweite, ne? MF-E ist die Zweite, ja. Kann ich dir aus gutem Gewissen sagen. Mhm. MF-E. 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 Wobei ich glaub' ich auch mehr Holz hatte. Aber ich hatte ja irgendwie so'n komischen Unfall. Du weißt nicht wovon. MF-E.